Wir haben ja, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, wir haben einen Podcast, in dem unterhalten wir uns, also nicht alles vorher erzählen. So, mach doch mal Reset, sonst bin ich von sich. DRW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblings-Podcast. Wir melden uns hier wieder aus der Valhalla der deutschen Audioszene, an meiner Seite, in indirekter Linie, direkt verwandt mit dem Göttervater himself, nämlich mütterlicherseits, schwägerlicherseits und natürlich auch ein Halbbruder von ihm ganz. Auf jeden Fall an meiner Seite, Björn, die goldenen Ohren von Holtwig, Schalüter. Interessante Einladung. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, heute ist nämlich wieder ein Jubiläum, das erzählt euch Jonas gleich. Und für dieses Jubiläum habe ich natürlich keinen Kopf zum Mühen gescheut und habe quasi den Tontechnik-Gottfaser auf Münster, Wollbeck und der ganze Universe eingeladen. Nämlich den Trockenbaumeister Gitarren-Nerd und, was kann er noch? Ach, der kann eigentlich alles, der liebe Jonas Wagner zu eurer Rechten hier im Bild und wenn ihr uns hört, dann in der Mitte. Ja, ganz genau. Wir mischen ja die Stimmen seit neuestem dann in die Mitte. Ja, seit ca. 59 Folgen. Genau, seit 59, weil bei der ersten Folge habe ich mich tatsächlich einfach am Bild orientiert. Ich komme halt vom Bild. Ich habe gedacht, na gut, einer links, einer rechts. Ist aber wohl nicht so das Podcast-Format gewesen, aber das erläutert dann auch 59 plus 1. Wir sind in der 60. Folge, schon wieder eine Jubiläumsfolge, in der wir mal wieder das tun, was wir am liebsten machen, nämlich über Audio quatschen und über Dinge quatschen. Denn für alle, die uns noch nicht kennen sollten, wir sind zwei Kumpels, die eigentlich regelmäßig telefonieren und dann irgendwann festgestellt haben, wir sollten einfach mal einen Podcast davon machen, weil so viel wie wir zu quatschen haben, das könnte vielleicht auch den einen oder die andere da draußen interessieren. Und deswegen die DAW-Versteher. Deswegen sitzen wir hier jetzt schon zum 60. Mal. Das kann man sich nicht vorstellen. Stoßen wir mal an. Das war an mit Leckerkäffchen. Leckerkäffchen. Ist das noch der südafrikanische? Das ist tatsächlich noch Südafrika hier. Man mag es nicht meinen, aber... Das liegt daran, weil der Kaffeekonsum in diesem Tonstudio eigentlich nur hoch ist, wenn Jonas da ist. Ja, vor allem, wenn ich Quarkbällchen dabei habe. Und wir haben gerade schon festgestellt, nachdem unser Quarkbällchen-Dealer uns die letzten zwei Folgen ein bisschen im Stich gelassen hat, ist er jetzt wieder on top. Das heißt, der Bäckermeister ist wahrscheinlich aus dem Urlaub wieder zurück. Ich denke, die haben das gehört, dass wir darüber gesprochen haben. Logisch, müssen die ja gehört haben, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir ausschließlich über Quarkbällchen und Kaffee sprechen. Auch. Ja, wir sind ja quasi die, die wir... Was habe ich neulich gesagt? Wir sind die... Jetzt fehlt mir das Wort. Fällt mir gleich wieder ein. Die Sommeliers, genau. So, das war das richtige Wort. Die Quarkbällchen-Sommeliers, genau. Ich wurde übrigens darauf hingewiesen, vor allem, das war schon wieder ein paar Wochen her, von einem Hörer, dass wir gar nicht mehr über Gin sprechen würden. Da habe ich gesagt, das könnte eventuell daran liegen, dass wir beide momentan irgendwie gefühlt gar keinen Gin trinken. Du auch nicht? Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ich wüsste gar nicht, wann ich... Ich habe zwischendurch mal einen getrunken, aber irgendwie ist so der Hype so ein bisschen raus tatsächlich, woran das liegt. Ich glaube, das ist ja immer so, wenn du eine Sache hast, die du sehr, sehr viel dann irgendwie, das ist ja beim Essen auch, hast irgendwie ein geiles neues Rezept oder so, dann machst du das irgendwie drei Wochen gefühlt dreimal oder viermal und dann denkst du so, ja, reicht jetzt auch mal wieder irgendwie. Ja. Und ich glaube, so war das dann bei mir auch. Aber das Lager ist weiter... Randvoll. Ja, ist randvoll. Das heißt, wir können ein Gelage im Lager machen. Genau. Und jeder, der mir jetzt irgendeinem anders irgendwas schenkt, denkt immer noch, ach, Gin. Guck mal, dann sollten wir das demnächst mal wieder... Vielleicht sollten wir den Kaffee einfach mal mit einem Schuss Gin aufwerten. Ja, genau. Dann kann ich nicht mehr zurückfahren. Aber ich meine, wir reden ja hier auch über Audio und wir werden ja immer angehalten, auch ein bisschen weniger off-topic zu sein. Das wollen wir ja auch natürlich... Was heißt schon off-topic? Wir sind ja ein Unterhaltungsformat. Deswegen bin ich ganz froh, wenn wir generell über unseren Alltag sprechen können, in dem Audio ja durchaus einen großen Anteil hat. Und deswegen... Off-topic gibt's ja gar nicht. Ja, 60 Folgen off-topic, dann müssten wir ja... Wir können ja noch einen zweiten Podcast aufmachen. Der nennt sich dann die Drehstühle vom Stoonstudio oder was. Keine Ahnung. Vielleicht können wir ein bisschen über Gärtnerei oder so noch irgendwie sprechen. Gärtnerei. Mein Sohn will tatsächlich, hat er gesagt, also entweder wird er Fußballprofi oder Gärtner. Weil dann ist man auf jeden Fall viel draußen. Achso, ich dachte, weil er dann sich um die Fußballplätze kümmert hat. Achso, ich hab ihm schon immer gesagt, so viel wie du redest, wirst du wahrscheinlich Fußballkommentator. Das ist auch eine gute Idee. Ohne schlecht. Das Labern hat er, glaube ich, von mir gelernt. Das glaube ich nicht. Nein? Du bist doch eigentlich dafür bekannt, dass du eigentlich sehr wortkarg bist. Ich liebe die Stille. Apropos Wortkar... Wie kann ich da jetzt ein Apropos rausmachen? Gar nicht. Streich doch einfach. Komma. By the way. Neues Thema. Ich hab dein Video gesehen beim Timo auf dem Kanal, wo ihr im... hell erleuchteten SAE-Studio gesessen habt. Ja, an einer Riesenkonsole. Also zumindest seitlich von mir, ja. Ja, genau. Im ACDC-Shirt. Ja. Stilecht. Das hab ich die Geschichte zu dem ACDC-Shirt erzählt, letztes Mal? Ne, letztes Mal hab ich die nicht erzählt. Ich wüsste es nicht, ne? Ich wollte die erzählen, genau. Geschichte war folgende. Ich fahr also zum SAE, hab die Hund hinten im Auto und wir fahren dann dahin, gehen ins Parkhaus und so rein und ich geh dann mit der Hund aus dem Parkhaus raus, rüber zu SAE und sehe schon so einen Typen mit so einem ACDC-Shirt an und denk mir nix weiter dabei. Dann machen wir ein bisschen Besprechung im SAE, dann musste ich nochmal zum Auto, weil ich noch was vergessen hatte. Also Hund in der SAE gelassen, kurz rüber gelaufen, kommen mir noch vier Leute in ACDC-Shirts entgegen. Okay. Und ich hatte ja auch eins an. Und ich denk so, äh, hab ich was nicht mitgekriegt irgendwie so? Weil bei mir lag's oben im Stapel. Ja. Und dann stellte sich heraus, dass am Abend vorher ACDC da gespielt haben. Ja, in Hannover. Dass diese ehemaligen Fans da alle noch rumliefen irgendwie und ich dachte, okay, alles klar. Stark. Vielleicht sollte ich nächstes Mal gucken, wenn ich in so eine Stadt reingucke, wer vorher da gespielt hat. Also mir ist das T-Shirt, ich kann es in den Zusammenhang ja nicht, mir ist das T-Shirt eher positiv aufgefallen. Back in Black, ein faszinierendes Album, muss man ja tatsächlich dazu sagen. Vor allem, weil das war ja gerade nach dem Tod von Bon Scott irgendwie und das Album vorher, Highway to Hill. Ist das erste nach Bon Scott? Back in Black? Genau, genau. Das Album davor war ja quasi das erfolgreichste Album, Highway to Hell, wo wirklich Matt Lang dann übernommen hat, die Knöpfe und die Produktion und wirklich ACDC nochmal komplett aus dieser, aus dieser roughen Ecke rausgeholt hat und den den letzten Polish gegeben hat. So dieses ACDC-Ding, was heute immer noch gefeiert wird, zu Recht natürlich. Und ja, und dann ist der gute Bon tatsächlich, soweit ich weiß, an seiner eigenen Kotze erstickt im Auto, weil er so besoffen war, also nicht sehr ruhmreich, aber er ist dann halt gestorben. Er war auch nicht 27, er war sowieso immer schon der Älteste der Band, aber natürlich ein totaler Verlust, weil dieser Typ einfach ein Energiebündel und eine unfassbare Stimme und Ausstrahlung hatte, die danach auch Brian Johnson so gut wie er singt und alles gut gemacht hat. Aber diese physische Präsenz auf der Bühne, diesen unfassbaren Willen, diesen Blick, den der immer drauf hatte, wenn er sagt, wenn ich vorbeikomme, dann wechselst du besser die Straßenseite in einem Song, dann denkst du, ja, die wechsle ich aber auch wirklich, vor allem, der ist ja nicht unfassbar groß gewesen, also weiß ich nicht, wenn der 71 hatte, war er groß irgendwie, weil Angus ist ja auch nicht sehr groß und Malcolm war auch nicht sehr groß, aber ja, der Typ, einfach totale Power, dann stirbt er in Anführungszeichen einfach, wer weiß, was ihm dadurch erspart geblieben ist und dann Brian Johnson, den hatten wir von früher, haben sie noch reingeholt und damit kam nochmal, ACDC sind ja nie erfolgreicher gewesen als mit Brian Johnson, davor waren sie sehr erfolgreich und danach ging es ja richtig ab, Back in Black, jahrelang das erfolgreichste Album aller Zeiten, ich glaube nach Dark Side of the Moon, ich glaube, das ist das erfolgreichste Album aller Zeiten, sehr aber dann fängt dieses Album ja dann auch noch mit dieser, mit dieser ikonischen Glocke an, von, von, Mann ey, mein Hirn, ja, Hellspells, so, Entschuldigung, und dann dieses, dieses Gitarren-Lick, was man ja so eigentlich auch noch nicht kannte von ACDC, ne, und nimmt dann erstmal so richtig Fahrt auf, dann kommt diese neue Stimme und du weißt sofort, okay, alles klar, anderer Sänger, aber definitiv ACDC, ne, und ja, als Fan, kann man, diese Glocke ist ja, du kannst diese Glocke ja überall auf der Welt, diesen Sound spielen, da weiß jeder sofort, hm, was? Das hätte nicht auch, ich glaube, auf St. Pauli, glaube ich, am Millantor-Stadion, glaube ich, auch einlaufen sein, oder so, ja, das ist schon, egal auf was von einer Veranstaltung du bist oder so, sobald diese Glocke kommt, jeder weiß direkt Bescheid, worum es geht und jetzt brauchst du diesen einen einzigen Ton und jeder weiß sofort, alles klar, gleich rockt's. Ja, auf jeden Fall. Mega gut. Ja, also das Interview war ganz interessant, also für mich auch interessant, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen besser und auch schon ein paar Jahre, aber es war ja dann inhaltlich, witzigerweise, irgendwie fast gar nicht so richtig über Tontechnik und Audio und sowas, sondern eigentlich viel mehr um Marketing, Vermarktung von Künstlern generell, also eigentlich hast du ja viel über deine Vergangenheit sozusagen gesprochen, deine berufliche. Ja, und die Verbindung zu heute quasi. Genau, was ja für viele Künstler, glaube ich, immer noch so das, ja, eines der größten Probleme auch ist, ne, in der heutigen Zeit, in diesem Wust von Veröffentlichungen. Das digitale Rauschen. Ja, genau, es passiert halt so viel und es gibt ja dann auch wieder die auserkorenen Experten, die dich über die Social Media Kanäle, die du selber bespielen sollst, dann, also dich dann bespielen mit Sachen, die du dann machen sollst, was dann wieder tausend Indie-Künstler genau alle gleich machen, wo man dann auch wieder denkt, ja, okay, ist auch wieder schwierig irgendwie, ähm, ja, am Ende des Tages gibt's halt nicht diese Formel, ne, hast du ja auch gesagt, man kann, man kann Dinge immer, was heißt Vorhersagen, man kann Dinge einschätzen, man kann eine Einschätzung abgeben, Bauchgefühl oder auch Statistiken und hast du nicht gesehen, aber am Ende, ähm, entscheidet es dann irgendwie doch ein bisschen der Zufall, ne. Ja, du kannst mit Handwerk bis zu einem gewissen Punkt kommen, ne, also das sind so die Mechanismen, die man so, was man so alles macht, so Marketing, äh, PR, äh, stattfinden, Social Media, etc., bis zu einem gewissen Punkt kannst du springen mit, mit Fleiß und dann, ich hab's ja in dem Video auch gesagt, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, du musst vorbereitet sein und wenn dann der magische Moment kommt, dann ist es halt so und wenn nicht, dann eben nicht, ne, und es hat bei den verschiedensten Leuten, die wirklich alles mitgebracht haben, nicht funktioniert und bei verschiedensten Leuten, die vielleicht nicht alles mitgebracht haben, aber zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren, hat's funktioniert. Und so, deswegen, es gibt, wenn du zu einem richtigen Management kommst und sagst so, jetzt, die bringen mich nach vorne und sowas, dann können die auch nur sagen, wir bringen dich bis zu einem gewissen Punkt, aber ob das Momentum dann in dem Moment auf deiner Seite ist, können wir nicht sagen, wir können gewisse Dinge provozieren, aber ob das dann wirklich nachhaltig funktioniert und durchschlägt, ist von anderen Faktoren abhängig. Und da reicht es im Prinzip schon, dass du tatsächlich, wenn du einen Künstler zum Beispiel komplett aufbaust, dann musst du ja nur so eine simple Pandemie zum Beispiel in die Füße springen und zack, ja, aber da kann zehn Jahre Aufbauarbeit plötzlich am Arsch sein und für den anderen, der gerade erst eingestiegen ist und irgendwie einen genialen Gedanken hat, der Lift-Off sein. Und der halt irgendwie sein eigenes Spiel irgendwie über TikTok spielt oder über Instagram oder wie auch immer. Ist ja hier, ich meine, Rosan Yaran ist ja so ein ganz interessantes Beispiel aus der Comedy-Szene jetzt irgendwie, der irgendwie in diesen kleinen Stand-Up-Kellern vor 100 Leuten gespielt hat und halt einfach angefangen hat, das alles mitzufilmen und halt dann diese Schnipsel bei TikTok und Instagram und YouTube und hast nicht gesehen hochgeladen hat. Und für den hat sich die Pandemie definitiv gelohnt, weil der ist in diesen zwei Jahren auf jeden Fall sowas von dermaßen durch die Deckel gegangen, dass er jetzt in ein paar Wochen zum Beispiel auch Halle Münsterland spielt. So und im Gegenteil, im Gegensatz dazu, das war nur von meinem alten Beruf, irgendwie war ich bei einer Produktion mit Mike Krüger bei einer Produktion in Köln, die hieß Witzig ist Witzig. Da wurden nur Witze erzählt. Und am Tisch saßen natürlich die üblichen Verdächtigen irgendwie, natürlich Mike, der kann fast alle Witze irgendwie, Hugo Egon Balder, da wird es schon ganz schwierig, dann nicht mehr zu lachen und so weiter und so weiter. Und da saß aber auch ein YouTuber am Tisch, Nizar hieß der. Und der war halt bekannt dafür, dass er bei YouTube nur Witze erzählte. Und das wäre jetzt sein Lift-Off auch gewesen, jetzt in die echte Welt und ins alte Medium, Fernsehen und so weiter. Und danach dann auch im Idealfall das als Sprungbrett zu nehmen, um dann, wie Markus Krebs, der saß übrigens auch am Tisch, also kannst du dir vorstellen, was das für eine Veranstaltung war, dann da irgendwie diesen Sprung zu nehmen und dann in die großen Hallen rein. War aber nicht. Und dann kam die Pandemie und dann war das Ding, also ich habe ihn nicht mehr mitgekriegt, in meiner Blase findet er nicht mehr statt. Und so siehst du, für den einen ist sowas eine Chance und für den anderen ist das totale Todesurteil. Apropos Chance. Ich war letztes Wochenende auf einer Hochzeit eingeladen und war jetzt eine Business-Hochzeit, mehr oder weniger, also eine alte Business-Bekanntschaft. Wir sind aber Freunde geworden, der da geheiratet hat und der liebe Thorsten hatte uns eingeladen. Das Hochzeit klingt auch irgendwie so. Ja, es ist eine Verbindung halt aus meinem alten Leben und da liefen dann Leute aus meinem alten Leben rum und unter anderem habe ich, ach Gottchen, ey, das muss ich jetzt echt rausschneiden, das kann auch nicht wahr sein, habe ich Bülent Ceylan getroffen. Oh, ja, sehr schön. Also unter anderem habe ich Bülent Ceylan getroffen und Bülent war da und wir haben dann gequatscht über alte Zeiten und so weiter und dann habe ich ihn gefragt, die magische Frage, wie war es auf Wacken? So, das wäre, als wenn du mich so anstupsen würdest und danach erstmal eine halbe Stunde rausgehen kannst irgendwie, weil ich dann anfange zu quasseln und dann höre ich nicht wieder auf. Ja, Bülent war so on fire und Bülent hat ja sein Album, also Bülent hat das gemacht, was ich eigentlich Künstlern früher immer geraten habe, wenn ich die gefragt habe, was willst du machen? Ja, ich würde gerne moderieren, Schauspiel, Musik etc. Und so pp. Kennengelernt hat man nie, aber über Stand-Up-Comedy. Und dann habe ich meistens gesagt, pass auf, wir machen erstmal Stand-Up-Comedy, da wirst du berühmt und wenn du das berühmt gemacht hast, berühmt geworden bist, kannst du eh machen, was du willst. Ja, genau. Und genau den Weg hat Bülent ja dann auch gewählt, mit seinem Rock'n'Roll dann irgendwann, also sein Herz schlägt ja auch für eine Rock'n'Roll, dann irgendwann ein Album aufgenommen. Übrigens mit Henning Fairlach im Prinzipalstudio, wo wir nächste Woche ja unser großes Mix-Wochenende haben. Jawohl. Und da habe ich auch schöne Grüße von Henning bestellt und wir haben noch weiter gequasselt und so weiter und so fort. Und dann hat er halt von Wacken erzählt und er sagte, das war's. Also da den Opening-Act zu machen und er dachte, ja gut, Opening-Act, du bist der erste Act und so weiter. Nee, sagt er, da waren alle, alle waren schon da, alle Arme waren oben und dann hatte er als Special Guest, hatte er Peter Maffay, der noch nie auf Wacken gespielt hat, weil er gesagt hat, Wacken, weiß ich nicht so richtig, Peter hat er dann aber wohl zugesagt und ist dann auch hingekommen und hat sich dann hinterher auch nochmal bedankt und so weiter. Ey, das war magisch, was er da erzählt hat und ich habe nur gedacht, ach guck mal, da konnte einer jetzt auch mal seinen Traum leben und richtig geil abrocken vor, ich weiß nicht, wie viel da rumlaufen, 60, 70, 80.000 bei Wacken irgendwie. Viele. So, und hat da einfach sein Magic-Moment gehabt, mehr oder weniger und hat jetzt total Blut geleckt und will noch mehr Mucke machen und so weiter. Es war wirklich, in seine leuchtenden Auge reinzugucken, wo der Mann ja auch schon seit 20 Jahren auf der Bühne steht und erfolgreich ist und so weiter und auch schon mit jedem gespielt hat und mit jedem gequatscht hat, jeden Preis gewonnen hat und so weiter. Aber dann zu sehen, da war noch dieses eine Ding. Das war noch offen. War noch offen irgendwie. Und dann vor allem auch, dass er halt auch akzeptiert wurde von der Crowd. Dass es halt auch wirklich, dass es nicht jetzt dieser Hampelmann war, er war ja da schon mal als Comedian, hat schon mal ein paar Sprüche gebracht oder so, aber als Mucke ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle, vor allem mit deinem eigenen Zeug. Ja, klar. Und nicht irgendwie Covermusik zu machen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, live. Aber wo live? Die magische Droge, muss man ja mehr oder weniger sagen. Die magische Droge, Livemusik machen. Ja, ich glaube, du hast die Droge schon, wie hast du es schon mal gesagt, du bist eigentlich fertig mit Live-Spielen. Ja, hin und wieder macht das mal Spaß, aber das liegt halt auch daran, dass ich immer nur Covermusik gemacht habe. Ich habe nie eigenes Zeug gespielt. Das ist so der weiße Fleck auf meiner Vita, dass ich nie wirklich mit eigenem Zeug aufgezogen bin. Ist das der Moment, wo deine Augen nochmal glänzen könnten? Ich glaube, da hätte ich Schiss. Ja? Ja, ich weiß, ich habe das ein einziges Mal ausprobiert bei einer Open Stage Night in Münster mit einem Song, da waren ganz viele Singer-Songwriter und dann stehst du da halt und wartest und wartest und wartest und wartest, bis du irgendwann drankommst und dann hast du halt diese drei Minuten und stehst da mit deiner Akustik-Gitarre, meine Arme, meine Hände waren so, ich habe noch nie Lampenfieber gehabt, in meinem ganzen Leben noch nicht irgendwie und stehe da plötzlich und tritt... Ja, weil du ja wusstest, äh, weiß ich nicht, äh, Welcome to the Jungle von ganz so, es wird schon funktionieren. Ja, hat schon immer funktioniert. Oder Resterlhagen, was weiß ich jetzt, ne? Das ist halt der Nachteil, ne? Das ist was, ne? Und dann stehst du mit deinem eigenen Zeug und bietest halt an, ne? Und das war so, da war ich schon sehr aufgeregt, aber so ein ganzes Konzert mit eigenem Zeug, müsste ich erstmal, müsste ich überhaupt eine Platte zusammenstellen. Aber bei unseren Connections würde auch mit Sicherheit mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Support-Act, so eine Support-Show, äh, oder so. Erstmal bräuchte man ein Programm, ne? So eine halbe Stunde Programm, ja, halbe Stunde, du redest ja noch 20 Minuten dann, Moderation. Ja, genau, das hat mein Kumpel Till, hat das dann immer gemacht, Till, äh, von den ehemals Till und Obel, hat ja dann irgendwann Till und die Alto Bellis gegründet, seine Band, ist halt ein Autor geworden und Co-Autor und Ghost-Autor und so weiter und schreibt ja seit, weiß ich schon seit 20 Jahren mittlerweile für Atze Schröder und, ähm, und Till hat dann aber die Alto Bellis gegründet und da war dann halt auch immer ganz klar, also wenn Till Musik macht und der ist ein großer Stones- und Rock'n'Roll-Fan, dann wird natürlich zwischen den Dingern wird auch immer erzählt, dann ist der auch die allwissende Müllhalde, das heißt, er erzählt zwischendurch auch irgendwie Geschichten, also unnützes Wissen, Deluxe quasi und danach hast du auf jeden Fall einen hoch unterhaltsamen Abend, das würde bei uns wahrscheinlich, ne, ich würde nicht so viel reden, glaube ich, ich glaube, ne, er Mucke machen, aber einen Drama hätte ich ja schon. Wenn ihr das wollt, ne, äh, das, äh, das ist mal Jonas Wagner, äh, live on stage. Mitarbeiter des Monats, heißt die beiden. Ja, ne, dann spiele ich nicht mit. Na, weil du es da nicht bist oder was. Genau. Ja. Äh, also wenn ihr das mal erleben wollt, äh, dann bitte jetzt hier fleißig, äh, E-Mails schreiben und kommentieren, dann, äh, kümmern wir uns um. Ich seh das schon, ne, wir nehmen ja nächstes und übernächstes Wochenende auf jeden Fall zwei weitere Songs auf, das heißt, das Portfolio wächst ja quasi, wenn wir dann im Prinzip aufgenommen haben, da frage ich mich auch schon so drauf, ne, das ist ja auch so eine Art Live, aber da wolltest du gar nicht drauf hinaus, weil du spielst ja auch in einer Liveband. Ja, äh, ja, theoretisch nicht, also, äh, also doch, stopp mal, also einige ja schon, aber, äh, nichts in dem musikalischen Kosmos, äh, in dem sich die meisten bewegen, aber, äh, tatsächlich, ähm, gehe ich Ende September für fünf Tage auf Tour mit einer Band nach Frank Reusch, äh, da darf ich, äh, den, äh, Hauptschlagzeuger vertreten. Das ist ein Substitute, ein Sub. Ein Sub, genau, das hat nix mit Subway zu tun. Nee. Ein Sub, äh, früher hat man gesagt, Aushilfe. Bist du der Sub des Monats. Genau. Oder der Austauscher, sozusagen. Ja, Ersatz-Trommler. Ersatz-Trommler, genau. Und ich darf, äh, bei der wundervollen Band Mr. Irish Bastard, ähm, genau, trommeln für vier Shows in irgendwie gefühlt komplett Frankreich. Also, ich hab das jetzt mal bei Google Maps nachvollzogen und hab festgestellt, äh, ganz schön weite Strecken, irgendwie. Aber gut, ist ja dann, äh, in dem Fall, ich muss mich ja nur in, äh, in Bus setzen und, äh, gefahren werden. Ja. Ist ja auch mal schön, ne? Äh, äh, ja, ich genieß das auf jeden Fall total mal wieder, ähm, zum einen, ganz unromantisch, nicht derjenige zu sein, der sich um irgendwas kümmern muss. Also, das klingt so, klingt jetzt so ein bisschen doof, aber es ist schon irgendwie geil, einfach, klar, du musst dein Zeug können, ne, du musst vorbereitet sein und klar, du musst pünktlich sein und musst, äh, irgendwie dein Kram machen, aber, äh, dir wird gesagt, äh, 18 Uhr Soundcheck, dir wird gesagt, 19.30 Uhr ist Essen, äh, dir wird gesagt, da ist das Hotel, äh, da steht, da, da steht das, äh, Getränke, keine Ahnung, ne, ne, morgen ist um 10 Uhr Abfahrt, da musst du einfach nur hier stehen. So, lauter solche Dinge, wo man natürlich, äh, wenn man, äh, ja, so viele Sachen macht, wie du und ich auch, irgendwie selbstständig und Projekte selber halt organisiert und plant, dann bist du halt immer, äh, irgendwie der, äh, der Künstler und der, der Aufnahmeleiter und der, weiß ich nicht, der Ansprechpartner für alle und der, der nochmal... Im Moment, entschuldige, dass ich unterbreche, im Moment bin ich, glaube ich, Toningenieur, der vergessen hat, die Tonaufnahme anzustellen, aber wir haben ja auf der Kamera das Zeug drauf, ich mach nochmal separat die Aufnahme, äh, für unser Backup hier an, die hab ich nämlich, glaube ich, vergessen anzumachen. Okay. Das, äh, stört dich nicht dran, wir sind ja auf der Kamera drauf, aber für alle, die jetzt sehen, dass Jonas aus dem Bild rausgelaufen ist, das liegt nur daran, dass ich hier noch ein Knöpfchen gedrückt habe, aber weiter, also du bist jetzt nicht verantwortlich für allen anderen Krams. Ja, das ist schon cool irgendwie, also da darf ich mega Spaß haben. Einfach mal nur Mucker sein. Genau, und, äh, Mr. Alves Passat ist tatsächlich eine Band aus, aus Münster, ne, also gar nicht so weit weg von mir, die gibt's jetzt schon seit, oh, genau, äh, gefährlich, immer mit Werten um sich schauen, wenn man sich weiß, auf jeden Fall schon viele Jahre, und die machen Irish Folk Punk, sozusagen. Irish Folk Punk. Genau, also so die berühmtesten Vertreter dieses Genres, würde ich jetzt mal sagen, sind so Dropkick Murphys, Flogging Molly, so die Richtung, das heißt, du hast, du hast im Prinzip, hast du eine klassische Rockband, irgendwie, ne, Schlagzeug, Bass, Gitarre, und je nachdem wird das dann mit, äh, mehr oder minder irischen, äh, traditionellen Instrumenten ergänzt, das heißt, du hast ein Akkordeon, du hast einen Doodelsack, du hast eine, äh, äh, diese Flöter hier, diese Finwizzles, oder wie auch immer die heißen, du hast eine Mandoline, du hast ein Banjo, sowas in der Richtung, und... Kein Doodelsack? Äh, nee, in dem Fall... Keine Backpipe? In dem Fall ist kein Doodelsack dabei. Weil das wäre schottisch. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, ob das, äh, ob das sich dem, dem irischen komplett, äh, verschließt, äh, äh, Backpipe, also ich weiß auf jeden Fall, dass, äh, diese andere, andere Vertreter aus dem Genre durchaus, äh, auch mit, äh, Doodelsack arbeiten, aber da frag mich jetzt nicht nach den kulturellen Querverbindungen von, äh, von Doodelsack. Fiddle? Äh, genau, ja, genau, die klassische Geige, die Violine. Weil die gehört ja quasi zur griechischen, äh, zur griechischen, irischen Tradition. Ich war ja mal in Irland und war wirklich total begeistert, du kommst in die Kneipe rein und da gibt's immer eine Ecke irgendwo in der Kneipe, wo einer sitzt und spielt. Einer sitzt da immer. Ja. Und dann kommt im Verlauf des Abends immer irgendeiner dazu und noch einer dazu und das Faszinierende ist halt, egal wie alt, ne, und egal welches Geschlecht oder egal welches Instrument, ist völlig egal, es kommt immer einer dazu, es geht einer weg, es kommt einer dazu und alle haben aber den gleichen Grundstock an Musik, den sie kennen oder doodeln einfach zusammen. Das ist schon stark, ne? Und das ist mega, das ist durch die Generation durch wirklich cool. Also ich mag das auch sehr, muss ich sagen, ne, und auch jetzt die Musik von Mr. Alves Spasser mag ich auch total. Das ist halt alles sehr straight, super straight, ne, klar, also Punk, ne? Ja. Äh, aber du hast halt immer diese, diese, diese Melodien, ähm, diese Instrumentalparts dann eben durch diese, durch diese irischen Instrumente sozusagen, traditionellen Instrumente. Es hat alles immer so eine unheimliche, positive Partystimmung, so dieses, hey, komm wir machen und fass Whisky auf, ne, und läuft irgendwie, ähm, das gefällt mir total gut, ist natürlich, äh, ja, äh, anstrengend auch, äh, zu trommeln, so ein ganzes Set. Da ist wahrscheinlich auch richtig Dampfhinter, ne, wie lang, wie lang ist dann so ein Konzert? Zwei Stunden locker, ne? Ja, ich geh mal davon aus, das sind, glaub ich, irgendwie 21 Songs oder so auf der Setlist jetzt, ähm, das ist auch ganz interessant irgendwie. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen, also ich meine, ich hab ja schon viel live gespielt in meinem Leben und ich hab schon nach Liedsheets gespielt, ich hab schon nach, ja, ungefähr so geht der Groove, äh, äh, oder ist das Tempo, äh, gespielt, ich hab schon nach Noten gespielt, ich hab, äh, also, äh, irgendwie so ziemlich alles gemacht in verschiedenen Bereichen, ähm, und ich hab mir jetzt überlegt, ja, wie bereitest du das jetzt vor, ähm, weil ich mit denen einmal probe, halt jetzt im September. Wow. Äh, genau. Und, äh, wie bereitest du das am besten vor, weil... Weißt du, wer übt, hat Angst. Ja, der, der fällt seinen, seinen Freunden in den Rücken oder wie war das, ne? Äh, also ich muss es irgendwie vorbereiten, sodass es möglichst fest verankert in meinem Kopf ist, aber dass ich die Möglichkeit habe, gerade bei über 20 Songs, doch nochmal irgendwo drauf zu gucken, ähm, irgendwie, ähm, um, okay, wie ist das Tempo oder wie, ah, was kommt da nochmal nach dem zweiten Teil, kommt da jetzt eine Strufe oder... Ja, oder für mich, welcher Song ist das eigentlich, weil nur, der sagt, der macht ja dann die Ansage, dann sagt der vielleicht noch den Namen von dem Song und dann musst du auch... Und du hast ja eine Setlist, ja. Ja, gut, aber das ist, also, würde da hin und wieder doch durcheinander kommen, ist das jetzt der Song oder ist das jetzt der Song? Ja, klar, deswegen hab ich mir halt überlegt, okay, ich hab mein, mein, mein iPad genommen, ähm, äh, ich hab ein iPad Pro, womit ich auch, äh, sämtliche Noten, also alles, was ich mit Noten mache, ob jetzt Partituren als Dirigent oder Noten als, äh, als Instrumentalist oder so, hab ich mittlerweile alles digital auf einem, äh, iPad Pro, ähm, und dann hab ich wirklich einfach auf dem iPad mit dieser, wie heißt die App, keine Ahnung, wo du da so rummalen kannst, rumschreiben kannst, ihr wisst das wahrscheinlich alle, äh, äh, Skribbelzüger, weiß ich nicht, Pages, glaube ich, oder irgendwie so heißt, glaube ich, die App, da hab ich einfach mit dem Stift immer schön den Titel, der Tempo und dann hab ich angefangen zu hören, okay, Intro, so viele Takte, dann hab ich mal ein bisschen Noten geschrieben, ne, irgendwie, okay, das ist der Grundruf und dann aufpassen nach sechs Takten, äh, äh, ist ein Stopp oder weiß ich nicht, da ist das und das und hab das alles schön säuberlich für die, äh, 20 Songs sind's, glaube ich, gemacht und hab dann immer, äh, so, ich sag mal, pro Tag so zwei Songs quasi rausgehört, mir den Ablauf aufgeschrieben, alles und hab mich dann, äh, quasi hingesetzt und hab diese, äh, pro Tag diese zwei Songs dann gelernt und natürlich die, wahrscheinlich zur großen Freude deiner Nachbarn, was? Oh ja, das, äh, das ist jetzt tatsächlich endgültig, ähm, wie soll man das sagen, ja, eskaliert wäre falsch, aber es kam dann doch jetzt sehr, sehr, sehr kürzlich zu einem Gespräch, äh, und, äh, wir haben es aber, wir haben uns aber einigen können, wir haben ein, ohne Handgreiflichkeit, wir haben, äh, nein, alles gut, wir haben einen Konsens, äh, finden können, äh, ein Kompromiss, ein Kompromiss, also was, was Zeiträume und, und, und sowas angeht, klar, ähm, das ist halt, äh, ist halt nun mal hier, äh, ja, mitten, äh, im Dorf, das ist jetzt hier nicht irgendwo auf dem Land, äh, oder sowas und, äh, äh, sehr altes Haus, ne, und eben, äh, der, der schnuckelige Aufnahmeraum, den ich da hab, ist jetzt ja nun mal auch nicht Raum in Raum oder sowas konstruiert. Dicke Wände, dünne Fenster. Ja, vor allem umdichte Fenster, ähm, aber das bringt mich zum nächsten Punkt, ich hab nämlich, äh, im Zuge dieser, äh, leichten, äh, Lärmbelästigung, die ich hier verursacht hab, äh, hab ich's so hin und sehr überlegt, ja, wie kann man's denn irgendwie optimieren, ne, und das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, der irgendwie in der Wohnung oder, oder halt, weiß ich nicht, oder der halt auch im Haus und seine Familie jetzt nicht irgendwie nerven will oder Kinder schlafen oder so, ne? Wer den Luxus eines eigenen Raumes hat, ne, den haben nämlich viele gar nicht. Das ist natürlich, gut, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Step irgendwie, ne, äh, wenn du jetzt mit Kopfhörern im, im Wohnzimmer sitzt, äh, ist das schwierig. Sitzen muss wahrscheinlich, ne. Oder sitzen muss, ist natürlich schwierig. Nicht, nicht wenige Leute, die tatsächlich keinen eigenen Raum haben. Absolut, ne, das ist auf jeden Fall Luxus, ja, keine Frage, ne, aber ich kenn auch viele, die irgendwie, äh, ein Räumchen haben oder halt im Büro oder wie auch immer da so ein bisschen, die aber dann trotzdem können nicht so aufdrehen oder auch jetzt irgendwie mit einem richtigen Gitarrenverstärker, äh, von Akustik-Drums will man dann ja meistens oft gar nicht sprechen, äh, irgendwie in solchen Szenarios, aber ich hab so überlegt, was kann man denn machen? Also hab ich, äh, das gemacht, äh, was man, äh, macht, wenn man erstmal wenig Ahnung, äh, und, äh, aber, äh, wie sagt man das, hohe Erwartungen hat, äh, ich hab einen Spezialisten hinzugezogen, weil es soll ja helfen, wenn man Experten hinzuzieht. Es gibt ja Leute, die das nicht ohne Grund gelernt haben. Ja, genau, also hab ich den Telefonhörer in die Hand genommen und hab unseren lieben Freund Markus Bertram angerufen. Ah, von MB Akustik, ja. MB Akustik aus Osnabrück, der ja hier auch, äh, das ganze Studio gemacht hat und bei dir ja auch sehr, sehr viel noch, äh, optimiert, äh, optimieren konnte in deinem Raum. Ja, auf jeden Fall optimieren konnte, ja. Und, ähm, der hat ja auch den Aufnahmeraum damals so weit geplant, wie er ist, also es wäre wirklich ein kleiner Raum und dafür muss man echt sagen, kann man da super, super gut selbst mit einem Akustik-Drumset auch irgendwie spielen und sogar aufnehmen halt, ne. Ähm, und dann hat Markus angerufen und Markus sagt, ja, oh, das ist, äh, schwierig. Ja, 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 in seiner, in seiner netten Art. In seiner netten niedersächsischen Art. Ja, äh, würdest du sagen, das könnte schwierig werden, aber, äh, wer Markus kennt oder schon mit ihm zu tun hatte, äh, liebe Grüße natürlich an dieser Stelle. Ja, genau, liebe Grüße an Markus. Ganz, ganz liebe Grüße, äh, der weiß, irgendwie hat, irgendwas fällt ihm eigentlich immer noch ein, er ist auch so ein Tüftler so ein bisschen, ne. Ist ja auch eine Herausforderung dann. Ja, ja, genau. Ein großes Studio kann ja jeder. Richtig, und dann hat er so ein bisschen überlegt und, äh, ähm, sagt zu mir, okay, das größte, das größte Problem ist natürlich immer der sogenannte Körperschall, also im Prinzip das, was über Boden und Wände und Decken übertragen wird, ne, warum Leute halt Raum in Raum bauen. Und das ist ja der Grund nicht, weil es, äh, irgendwie dann eine besonders gute Raumakustik innen hat, sondern es geht ja darum, dass möglichst wenig nach außen strahlt. Ja, es sei denn, du hast eine Straßenbahn vor der Tür, da musst du es von außen auch abdichten. Ja, apropos Straßenbahn, das war nämlich dann genau das Thema. Er sagte, ja, vielleicht können wir mit sogenannten Körperschalllagern arbeiten. Ja. Und er hat dann mir ein bisschen was erzählt und dann haben wir so ein bisschen, äh, darüber gesprochen und ich sag mal so, ich hatte mit Sicherheit 40 Prozent verstanden von dem, was er mir erzählt hat. Ich lief aber jetzt gerade auch mit dem Handy durch die Innenstadt von Großfeld, das heißt, ich war auch leicht abgelenkt. Achso, ich dachte, da wärst du schnell durch. Nee, nee, nee. Und hab das Ganze dann auch nochmal, nochmal gegoogelt und nochmal überlegt, was er da so gesagt hat. Also es geht darum, ein Podest zu bauen. Genau, das auf, das schwingend gelagert ist quasi. Genau, was auf diesem Körperschalllagern gelagert wird. Das Problem ist, um dieses Konzept auch wirklich wirksam zu bauen, musst du halt möglichst genau das Gewicht bestimmen von allen, also von allen Beteiligten. Das ist ja ein ganz persönlicher Angriff auf dich. Ja, ich hab da ja kein Problem mit, äh, zu sagen, dass ich, äh, 70 Kilo wies. Genau, als Zwölfjähriger mal 70 Kilo vielleicht wo. Ähm, auf jeden Fall, äh, also das wird, werden drei Kanthölzer werden. Ja. Zwei Meter, also das Podest wird zweimal zwei Meter. Hast du drei Kanthölzer, zwei Meter, äh, und obendrauf eben ein, beziehungsweise dann zwei Holzplatten, die dann diese zweimal zwei Meter ausmachen. Da kommt ein Teppich drauf und da drauf, also davon bräuch ich überall das Gewicht. Dann mein Gewicht, klar, das Gewicht vom gesamten Schlagzeug mit Mikrofonen, mit Kabeln, mit allem, was irgendwie... Achso, dann musst du ja die Lager dann darauf berechnen wahrscheinlich, ne? Genau, weil, äh, die Anzahl, sagen wir mal, das sind jetzt, weiß ich nicht, sag jetzt mal einfach, einfach etwa 160 Kilo insgesamt, äh, und du hast acht Lager, dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, dann müsste jedes 20 Kilo, weil die Belastung ja auch nicht gleich ist an jeder Stelle, da ist jetzt natürlich die höchste Belastung, das muss Markus dann ausrechnen, dafür ist der ja da, ne? Äh, das hat, wie gesagt, das war dann der Punkt, wo ich gesagt hab, hm, ja klar, hab ich das verstanden, du machst das schon, ähm, das heißt, ich muss mir jetzt irgendwie überlegen, wie ich am einfachsten den ganzen Kram irgendwie gewogen kriege, ohne jetzt jeden Beckenständer und so einzeln irgendwie auf eine Haushaltswaage zu legen oder so, äh, ich hatte schon eine super Idee, äh, ich lad alles ins, äh, also ich fahr einmal mit dem Auto leer auf so eine Lkw-Waage, gute Idee, dann fahr ich zum Studio, lad alles ins Auto ein und fahr wieder auf die Lkw-Waage, sagte Markus, die könnte eventuell ein bisschen ungenau sein, äh, die Waage, äh, ja, es gibt diese Lager auch mit eingebauter Waage, dass man da quasi direkt live mischen, live, live, live herauskriegen könnte, was das Ganze wiegt, wir machen das tatsächlich mit unserem Van auch, wenn wir, bevor wir losfahren, wir dürfen ja offiziell nur 300 Tonnen, ne, und dass wir dann auch zu Raiffeisen im Nachbarort fahren und die haben eine Lkw-Waage dann da drauf und dann so, so gerade, können wir machen, aber wir dürfen nicht mehr tanken. Nix mehr essen heute. Ja, genau. Erst wieder morgen essen. So, Kinder, haltet mal tief die Luft an, wir sind krankreich. Ja, äh, also das heißt, das ist jetzt gerade die Herausforderung, die ich hab, ich muss quasi einmal alles irgendwie möglichst genau, weil es ist ja dann eben sehr, sehr wichtig, möglichst genau das Gewicht zu bestimmen, ne, äh, ich hab gesagt, ja gut, dann kalkulier ich mal ein bisschen mehr, falls ich nochmal ein Beckenständer mehr aufstelle oder weiß ich nicht, sagt Markus, ja, lieber ein Kilo zu viel als zu wenig, ja, aber auch grundsätzlich ist das auch wieder schlecht, ne, äh, und im Zuge hab ich dann auch mal ein bisschen gegoogelt, äh, was, was er mir da so erzählt hat und tatsächlich werden solche Systeme, äh, ja klar, auch benutzt, um wirklich Raum in Raum zu bauen und sowas, aber sowas wird auch benutzt, äh, zum Beispiel, um einen Fahrstuhl in einem Gebäude zu entkoppeln oder Klimaanlagen in Gebäuden zu entkoppeln oder wo du das gerade sagtest, wenn du eine, äh, Gleise hast, die direkt irgendwie an einem Wohnhaus oder keine Ahnung, also es geht dann darum, äh, das halt wirklich immer zu entkoppeln und wenn ich das richtig verstanden hab, dann diese Resonanzfrequenz oder so, äh, möglichst tief, äh, zu bringen, ne, also die soll dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit 10 Hertz oder so, ähm, betragen, damit's dann eben nicht mehr hörbar ist, äh, und, ja, ja, und dann in physische Energie quasi in Hitzung gewandelt wird, mehr oder weniger. Also, so ganz genau, also physikalisch möchte ich mir da nichts anmaßen, irgendwas zu erzählen, Aber die Idee ist gut, find ich gut. Genau, also wie gesagt, Markus hat immer... Und dann aber ein doppeltes Fenster oder hast du schon ein doppeltes Fenster? Ne, äh, da ist, das ist eine Doppelverglasung, das Problem ist immer, das Fenster ist relativ, oder die Fenster sind relativ alt und sind auch, das merkst du auch gerade im Winter, sind schon ziemlich undicht auch, so ein bisschen zugig, ne. Was ja für ein altes Haus nicht schlecht ist, weil man kann das atmen und dann schimmelt es nicht, ne. Es ist okay, irgendwie, ähm, es ist schon schwierig, äh, den Raum irgendwie so richtig aufzuheizen, so richtig warm zu kriegen. Ähm, tatsächlich hab ich da mal geschaut, auch schon mal ein bisschen im Netz, es gibt ja extra Schallschutzfenster. Ja. Ne, die sind auch tatsächlich, äh, gar nicht so abstrus teuer, wie ich gedacht hatte. Äh, also wenn, äh, jemand, äh, unserer Hörer, äh, sich da sehr gut auskennt und im Fensterbau oder so tätig ist, gerne mal, äh, gerne mal Bescheid sagen. Ich hab aber auch einen lokalen Dealer, äh, oder sogar zwei lokale Dealer hier, ähm, an der Hand, die, äh, ich da wahrscheinlich früher oder später mal kontaktieren werde, weil das ist definitiv der, der, äh, der Knackpunkt, ne, an der Stelle. Ähm, ähm, ist es, glaube ich, nicht nur, nicht nur das Fenster, sondern wohl auch der Rahmen und der Übergang zwischen Mauerwerk und Rahmen. Weil ich hab auch mal gedacht irgendwie, dass ich, äh, bei mir an meiner alten Scheibe, weil ich hab so ne, so ne Straße vor der Tür, die ist im Prinzip unproblematisch, es sei denn, der Bus hält direkt vor der Nase, aber das, das kann ich dann timen irgendwie so, ne. Aber, äh, wenn die Straße nass wird, dann ist der Abrieb von den Autos extrem laut, ne. Also die sind eh schon laut, wenn die vorbeirauschen, aber das stört mich in der Regel nicht, auch beim Aufnehmen nicht, aber wenn die Straße nass ist, dann nervt's schon, ne. Und da hab ich auch schon mal überlegt, ob ich dann eine zweite Scheibe einfach davor setze, weil ich gedacht habe, dann die Luft zwischen den beiden Scheiben dürfte ja auch ein guter Isolator sein, auf jeden Fall, ich weiß nicht, in welchem Frequenzbereich, aber auf jeden Fall so, ne. Und, ähm, dann hieß es aber, ne, aber über den Rahmen kommt ja auch was rein, da kannst du nicht einfach nur eine Scheibe draufsetzen und dann funktioniert das, sondern, jetzt hab ich das Problem, dass mein Fenster geht nicht nach außen auf wie ein ganz normales Fenster, so links und rechts zwei Flügel, sondern meins ist in der Mitte gelagert, weißt du, wie so diese früheren Fenster, so horizontal gelagert, ne. Das heißt, da kannst du also nicht mal eben was draufsetzen, weil das ist einfach nicht möglich, ne. Ich hab da meinen Frieden mitgemacht, sagen wir mal so, und ärgere mich hin und wieder, vor allem, wenn ich die Anlage einmesse, dass ich dann immer uptimen muss, ob jetzt gerade ein Auto kommt oder nicht, irgendwie, weil das Rauschen landet natürlich im Mikrofon, aber, äh, geschenkt irgendwie, das macht jetzt meine Musik. Ich wollte nochmal zurück auf das Live-Spielen kommen, weil wir gestern eine Office-Hour hatten wieder im Premium-Bereich und wo ich unter anderem gefragt wurde, ähm, wie man mit Klick live arbeiten kann. Und ich kam erst von der Seite aus, wie wir das früher bei der Cover-Band gemacht haben, dass wir natürlich nicht nur den Klick hatten, sondern natürlich auch Playback-Spuren dazu mitgefahren haben und so weiter und hab dann irgendwie das große Szenario aufgefahren und dann hab ich jemanden gefragt, warte mal, wofür willst du den Klick denn überhaupt? und, äh, es war tatsächlich der Kollege, äh, Dennis, der uns seinen Song Too Tight für Streit geschickt hat, für den Mix-Kritik im Premium-Bereich, weißt du noch? Da haben wir gesagt, ihr solltet mal mit, ähm, ihr solltet mal mit Klick spielen, genau, eine Punk-Band, ne? Aber wir haben gesagt, ihr solltet mal mit Klick spielen, damit es ein bisschen tighter wird für alle insgesamt, ne? Und da kann man jetzt fürs Live-Spielen drauf, wie man mit Klick arbeitet und dann hab ich erst gesagt, naja, gut, also man kann natürlich mit einer App irgendwie arbeiten oder sonst was irgendwie und dann sagt er aber, dass es extrem schwer sein könnte für den Drama, live vor allem beim Klick zu bleiben und ich weiß, dass da viel Disziplin und Übung dazu gehört, im Live-Set sich nicht wegtragen zu lassen von einem Klick als Drama, ne? Und hab dann empfohlen, weißt du was, nimm doch nur das Grundtempo, lass den Drama doch nur die ersten Acht-Takte auf den Klick spielen, dann hat er, dann fängt er zumindest nicht zu schnell an, ne? Weil es ist ja im Live oft so, wenn du Adrenalin hast, dass du, dass du schneller anfängst irgendwie und dann, wenn der Song sowieso schon auf 180 BPM ist und dann startest du bei 200 und der Gitarrist guckt auf seine Hand und denkt, wie? Aber wollte ich mal fragen, wie du das machst, wenn ihr jetzt mit Mr. Irish Bustard dann unterwegs seid, ob du da auch einen Klick hast, ob du Timing fest bist, dass du das auf 2 BPM pro Minute vorhersagen kannst oder wo du dir da dein Time herholst? Schlechte Frage. Schlechte Frage, gibt's doch keine Lösung. Schlechte Frage. Ja, tatsächlich, ich war ja da quasi für, tja, wie nennt man das denn, Vorspiel wäre jetzt, glaube ich, übertrieben, aber so halt mal zum Kennenlernen irgendwie, zwei Songs getrommelt bei denen und hab auch so gefragt, wie macht ihr das, ne? Backing-Tracks und, ne, startet das der Drummer oder kommt das vom FOH oder? Ne, machen wir komplett ohne. So, hä? Ja, und mit Klick, ne, ohne. Also tatsächlich sind die da in der Hinsicht sozusagen oldschool unterwegs, dass sie wirklich sagen, okay, bei uns kommen keine Backing-Tracks und dementsprechend... Also ganz rough. Ganz rough, ne? Und wirklich auch komplett ohne. Die wollen eben diese komplette Freiheit irgendwie bewahren. Ich meine, die nennen sich ja selber, jetzt muss ich selber aufpassen. Wenn du Bastard im Namen hast. Irgendwie, das ist ja begleitetes Trinken oder so. Also ich glaube, auf der Setliste mindestens die Hälfte der Songs gehen um Bier. Das ist ja jetzt nicht verkehrt. Genau. Da fällt mir nichts Falsches dran auf. Genau. Also die sind komplett rough unterwegs, wirklich oldschool sozusagen. Wirklich komplett ohne Backing-Track, ohne Klick. Zum Glück mit in ihr. Ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Ach, wenn du vier Termine spielst, dass du dann nicht mit dem Teenagers nach Hause fährst. Ja, genau. Aber nicht deswegen. Vor allem Club-Konzerte dann da irgendwo in Frankreich, wer weiß. Du bist ja dann doch immer ein bisschen auf die Gunst des FOH-Technikers oder des Haustechnikers angegriffen. Das reicht ja ein feines Feedback einfach im falschen Frequenzbereich. Ich hatte neulich, bei YouTube wurde ein Video angezeigt, da stand drauf auf dem Thumbnail 7.850 Hertz. Nur das Thumbnail irgendwie. Hab ich gedacht, was ist das denn für ein Video? Klick drauf, dann spielt der 7.850 Hertz. Oh, ich dachte, mir fliegen die Löffel weg. Das war so unangenehm, diese Frequenz. Ich musste sofort ausmachen und hab danach noch gedacht, okay, schwingt das jetzt noch nach? Hab ich jetzt noch einen zweiten oben drauf oder was ist das irgendwie? Das war so unangenehm. Danach hab ich danach ein Video geguckt auf Hardcore-Music-Dingsbums irgendwie von Jordan Valeriat, der Kanal. Und dann machst du so ein anderer jetzt ein Video, weil Jordan sich Stück für Stück zurückziehen will. Und da ging es auch um Höreinschränkungen und Tinnitus. Und da fing ja das Video auch an, kennst du das, mit, hast du auch Höreinschränkungen? Da hat er dann die Höhen weggedreht irgendwie. Oder Tinnitus und blendete dann auch so einen Ton ein. Da saß ich da, ah, schon wieder, einen miesen Ton auf die Ohren draufgesetzt. Und dann denkst du, hört auf damit, mach das nicht irgendwie. Oder macht vorher eine Warnung rein. Das ist so, wie man früher gesagt hat, guck nicht mit einer Grimasse ins Spiegel. Weil hinterher bleibt die Grimasse im Gesicht stehen, so ungefähr. Und dann hab ich auch Angst gehabt, dass dieser Ton auch stehen bleibt irgendwie in meinem Ohr. Ganz unangenehm. Nicht, dass du deinem Tinnitus noch ein zweiter Tinnitus hast. Nee, nee, aber ich wollte nochmal zurückkommen zum Ding. Also lässt du dir irgendwie per Lampe dann irgendwie so einen Grundklick, so einen Grundtempo anzeigen? Ja, es gibt ja verschiedene Sachen, das zu machen. Also ich sag mal, wenn man wirklich in einem Szenario unterwegs ist, wo man jetzt als Band oder so plant, mit Klick zu spielen, gibt's ja verschiedene Sachen. Zum einen kannst du dir ja wirklich einfach einen Klick-Track als Audiodatei bauen. Ja, 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 gut. Und das hab ich in einer früheren Band hatten wir das so, ne? Könntest du auch bei Pages in deinen Notizen sicherlich auch direkt mit einbetten wahrscheinlich, ne? Nee, aber in der Software Fourscore, die ich benutze für Noten, wo du dann auch Setlisten machen kannst und wo du dann auch mit so einem Fußschalter und so Noten, also Noten oder eben in dem Fall PDF-Seiten einfach weiterblättern kannst. Da kannst du auch Audiodateien hinterlegen und du kannst auch hinter eine PDF ein Metronom legen und du kannst da ein Stimmgerät hinterlegen oder was weiß ich was alles für ein Scheiß. Ja. Aber wir haben's in der damaligen Band wirklich so gemacht, dass ich da damals noch ein Laptop stehen hatte, jetzt kein iPad oder sowas, wo einfach nur in Reihenfolge ein Klick-Track war, der auch wirklich, ja, endlos, aber halt, keine Ahnung, zehn Minuten... Also der lief durch. Genau, der lief einfach durch, ne? Das war jetzt nicht irgendwie, du musst jetzt aufpassen, dass da zwei Takte-Vorzähler sind oder keine Ahnung was, weil, aber jetzt ja ohne Back-Effects und so, ne? Wenn's jetzt wirklich nur ums Tempo geht, ist die klassischste Variante, ist, glaub ich, immer noch diese Rhythm-Watch von Tama. Ich glaub, wenn man sich das mal, mittlerweile, glaub ich, nicht mehr, aber ich sag mal so vor 10, 15, 20 Jahren, musst du mal gucken, bei ganz vielen Drummonden, meistens am Hi-Hat-Ständer oder so, war so ein schwarz-graues Ding dran und das ist im Prinzip ein Metronom oder einfach so ein Riesenrad dran, wo du halt einfach schnell zwischen den Songs dann mal 20, 15, 15 oder lauter langsamer drehen konntest. Da ist natürlich dann immer wieder die Frage, sollen überhaupt alle den Klick hören? Das ist ja auch eine Frage, ne, die man da stellt. Oder wollen, also beides, ne? Wir haben auf dem In-Ear, haben wir auch Leute drauf, die wollten auf jeden Fall den Klick haben und Leute, die den auf keinen Fall hatten. Genau, das ist halt immer die Frage, wer braucht alles den Klick oder wer möchte den haben? Ich hab jetzt noch nie einen Sänger gesehen oder gehört, der gesagt hat, ich hätte gern einen Klick-Track. Nein. Also schwierig, Schlagzeug auf jeden Fall, Bass vielleicht, Gitarre, ja, je nachdem, kommt halt drauf an. Was für Musik du machst, wenn du, sagen wir mal, jetzt so typisch Punk-Band-mäßig unterwegs bist, du hast irgendwie 15 Songs und bei den 15 Songs fangen alle vorne an und hören alle hinten auf gleichzeitig. Gleichzeitig, du hast jetzt nicht irgendwie riesige Parts, wo die Drums mal raus sind oder so. Oder wo sie dann auch nicht irgendwie noch eine High-Hat mitgeben oder so. Ja, okay, dann macht's natürlich irgendwie Sinn, dass zumindest dann andere auch noch beteiligt sind. Aber ich glaub, wenn ich jetzt erstmal so das für mich testen würde, würde ich mir einfach, würde ich mir entweder halt so Klick-Tracks dann einfach machen, ne? In der DAW, je nach Tempo, zack und dann, weiß ich nicht, 10 Minuten oder was raus als MP3. Würdest du es wirklich durchlaufen lassen oder würdest du es nur für den Anfang nehmen, sagen wir mal die ersten vier Takte und dann fertig? Weil die Energie ist ja auch, also das Spiel mit der Band, ich mein, klar, du bist ja quasi das Metronom der Band, du bist ja das Schlagzeug, das Herz der Band und so weiter, ne? Aber manche Bands, die reißen ja dann auch im Song das Tempo nach vorne, um die Energie noch zu steigern oder so. Ja, ist ja dann die Frage, ob das halt erwünscht ist oder ob das genau der Punkt ist, den man halt, weil wenn man erstmal nicht nach Klick, nach Metronom spielen kann, ne? Weil man einfach, das Timing, ist ja jetzt erstmal egal, ob du in 116 oder 118 anfängst, aber wenn du das Timing, also das Tempo nicht halten kannst, zumindest so konstant, dass es nicht auffällt oder so konstant, dass wir beide einen Song hören und sagen, ui, da ist aber doch ein bisschen sehr viel Bewegung drin, ne? Es kann ja durchaus auch charmant sein, finde ich, wenn man ein bisschen Bewegung drin hat, wie du schon sagst, irgendwie diese Energie ist ja auch so ein Produktionstrick durchaus, ne? Dass man dann den Refrain 2 BPM schneller macht wie die Strophe oder so, ne? Oder dass man live grundsätzlich die Songs ein bisschen schneller anlegt, als er auf der CD sieht, ja. Das kann man ja alles machen, aber wenn man das erstmal trainieren möchte, halt überhaupt auf dem Timing zu schwinden, dann würde ich sagen, dann lass das Ding durchlaufen. Und wenn du halt merkst, okay, heute in der Bandprobe haben wir es geschafft, anderthalb Minuten und dann sind wir rausgeflogen aus dem Klick oder der Drummer, dann macht der halt den Klick aus, irgendwie, ne? Oder reißt sich die Hörer raus, wie auch immer, ne? Und vielleicht ist bei der übernächsten Bandprobe, vielleicht schafft er dann den Song halt drei Minuten durch im Tempo zu halten und dann kann man ja immer noch sagen, weil, das ist ja letzten Endes auch nur ein Training. Es ist tatsächlich Training, deswegen regle ich mich gerade so. Also ich hab nämlich neulich, hab ich eine Akustikgitarre aufgenommen, auch auf Klicktrack irgendwie und hab aber ganz bewusst in den Refrains immer so ein bisschen vorm Beat gespielt und mich danach wieder zurückfallen lassen, wieder hinter dem Beat ein bisschen, um einfach so ein kleines bisschen anziehen zu können in diesen acht Takten und dann wieder rückfallen zu können, um so ein bisschen Dynamik reinzukriegen. Ja, das nennt man ja, das ist ja eine bewusste Spielweite. Genau, das ist eine bewusste Spielweite, das musst du aber auch üben, weil du darfst den Klicktrack ja auf keinen Fall aus den Ohren verlieren. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall musst du wissen, wo die Eins war. Ansonsten gäbe es ja solche Begriffe wie Laidback oder so nicht. Laidback ist übrigens ein schönes Stichwort, weil wir haben ja auch noch eine schöne Rubrik mit dem Namen... Song des Monats. Und in dieser... Ich wollte da mal kurz rein, weil uns die Uhrzeit sonst wieder wegläuft, dann haben wir keine Zeit für die schöne Rubrik. Nicht, dass das noch too hot wird. Ja, dass es noch... oder too sweet wird irgendwie. Nein, tatsächlich, der Song, den ich vorbereitet habe, der heißt Too Sweet von Hosea. Ich habe das ja letzte Folge schon angekündigt für euch da draußen und den findet ihr natürlich auch in der Playlist bei Spotify, die hier verlinkt ist. Und dieser Song ist... Das zeichnet sich unter anderem dadurch ab, dass der Beat voll auf dem Raster draufläuft. Also wirklich ganz stumpf, 117 BPM läuft das Ding von vorne bis hinten durch. Aber du kannst... Ich habe mir das mal... Ich habe mir den Spaß gemacht und habe die einzelnen Stamps mit Music Rebalance auseinandergerechnet. Dann hast du ja den Bass. Und du siehst wirklich, wie der Bass ganz konsequent Laidback immer schön hinter dem Schlagzeug spielt. Und du kannst wirklich an der Wellenform sehen, wie das Ding konsequent hinter dem Schlagzeug liegt. Und dieses Feeling überträgt sich dann natürlich auch. Too Sweet, ein Song von Hosea, von John Hosea heißt der, glaube ich. Aber bist du sicher, dass der Bass Laidback spielt? Oder ist es, weil es da ein Side-Chaining zwischen Kick und Bass gibt, weswegen das so aussieht, als wenn es quasi immer hinter dem Transienten kommt? Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass der Bass wirklich dahinter ist. Weil es ja, also ich... Meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer, aber zumindest wäre das dann der Effekt, wie die dann da hingekommen sind. Ist ja auch egal, ne? Aber, ähm... Nee, 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 das ist Laidback gespielt. Das ist entweder Laidback gespielt oder dann nachträg ich nochmal Laidback. Laidbackiger gemacht durch diesen Trick, ne? Aber dieser Song, Too Sweet, hat ja einen extremen Sixties-Vibe. Man hat ja den Eindruck, das könnte jetzt auch Amy Winehouse singen, ne? Weil so alle Elemente drin sind, wo man so sagt, okay, alles klar, das ist alles das, wo ich mir einen Sixties-Song zumindest im Sound von Amy Winehouse vorstellen würde irgendwie. Wir haben ein cooles, sehr trockenes Schlagzeug, was von vorne bis hinten durchspielt. Sehr tiefe Bassdrum. Sehr tiefe Bassdrum. Wir haben diesen coolen, oktavierten Bass, der auch von der E-Gitarre auch nochmal gedoppelt wird. Irgendwie diesen Sound, den wir da wirklich haben, der ist, ich fand den immens gut. Ich hab den Song gehört, als der das erste Mal im Radio kam. Das war dieser Moment, wo du so... Moment mal, wo du lauter machst, ne? Wo du dann wirklich denkst, okay, alles klar, sehr cool. Dann dieser sehr relaxte Sänger, der aber konsequent auch diese Sixties-Slapback mit Hall irgendwie auf der Stimme drauf hat und diese Saturation auf der Stimme, als wenn es ein zu heiß angefahrenes Mikrofon oder ein Pre-Amp ist. Volle Pulle, ja. Volle Pulle, ja. Volle Pulle, also da... Die Gitarre auch, ne? Da, den Vibe, dann die Gitarre, ja, zwei Gitarren, ne? Es gibt eine Gitarre, die so angezehrt ist, aber eine, die dann einfach diesen klassischen Fender-Sound macht auf der linken Seite. Und dieser gesamte Vibe, der da eingefangen wird, in Kombination mit diesem Lo-Fi-Feeling, weil Lo-Fi ist ja auch angesagt, ne? Und ich hab, wie gesagt, den Song ja dann nicht nur ausgewählt, weil wir jetzt hier drüber sprechen, sondern wir haben ja im Premium-Bereich auch die Rubrik Wir hören Musik, wo ich den Song dann noch intensiver auseinandernehme über eine halbe Stunde. Und hab mir dann in dem Zusammenhang mal das Ding auf dem Span auch angeguckt, auf dem Analyzer. Und es ist tatsächlich faszinierend, dass dieser Beat, der am Anfang da startet mit dem Bass und der Gitarre und so weiter und so fort, der fällt echt ab sieben Kilohertz, fällt der aber rapide runter. Nüscht. Aber gar nichts. Die ersten Höheninformationen kommen, wenn der Sänger reinkommt, über den Hall vom Sänger. Noch gar nicht mal über seine Stimme mehr oder weniger. Und das Tolle ist, dass sie in diesem gesamten Mix, und deswegen finde ich den auch so grandios, also erstmal finde ich, klingt grandios, wirklich. Also hat einen Riesenspaß gemacht auf meiner Anlage. Zum Zweiten dynamisch ein fantastischer Song, der wirklich mit allen Elementen spielt und diesen Vibe auch in diese modernen Neuzeit reinhebt. Und dann am Schluss war so ein Ding, ganz am Schluss, da kommt so ein Wow-Part irgendwie kurz vorm letzten Refrain. Und da war es wirklich original, als wenn einer so den Vorhang so vor den Boxen nochmal weggenommen hat. Also wo dann gesagt wurde, okay, alles klar, bis hierhin war Lo-Fi. Und jetzt gebe ich dir nochmal was dazu. Und ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die tatsächlich jetzt den High-Cut, wahrscheinlich den Becks EQ oder sonst was, den jetzt einfach rausgenommen haben. Also so ein ganz flach abfallender High-Cut. Oder ob das ein Becken war und die dem Chor, der dann dahinter kam, ob die jetzt gesagt haben, okay, dieser Chor, der darf jetzt mal moderne Höhen haben oder sonst was. Auf jeden Fall dieser Übergang ist so dramatisch an der Stelle, dass ich gesagt habe, Moment mal, was war das denn nochmal zurückgespult? Ach, das ist ja ein Ding. Mit solchen Tricks spielen die jetzt auch schon irgendwie. Ja, das sind ja so einfache Tricks. Ja, aber dass die so dramatisch eingesetzt wurden. Ich meine, klar, die konnten nur hinzugeben, weil vorher nichts war oder vorher wenig war, den Kontrast schaffen. Aber so verschiedenste Momente. Wie gesagt, ich habe eine halbe Stunde im Premium-Bereich schwadroniert und bin aber total begeistert von dem Song. Mal davon ab, dass die Stimme auch wirklich dynamisch am Anfang eher ruhig gesungen und dann zwischendurch gibt er dann plötzlich wieder Gas, um dann wieder rückzufallen. Dann singt er die Elemente aus oder auch nicht aus und so weiter. Also da ist das wirklich für mich ein Paradebeispiel, wie man einen modernen Sound, einen modernen Song auch machen kann und trotzdem diesen Vibe von früher in die Neuzeit reintransportieren kann. Jetzt du. Ja, also ich habe hier auch reingehört. So ist es nicht. Also erstmal faszinierend finde ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Song ist, aber im Prinzip ist ja bis auf die Refrenks durchgängig dieses Riff quasi zu hören. Das sind eigentlich zwei Riffs, eins in zwei Varianten auf der zweiten Strecke. Ja, aber es sind, wenn ich das richtig gehört habe, sind glaube ich fünf Akkorde, die dieser Song, glaube ich, hat. Ja, ich glaube, dass sie beim Songwriting gar nicht über die Akkorde gegangen sind, sondern einfach die Line auf der Gitarre gespielt haben. Ich glaube, es sind fünf Akkorde, wo einmal irgendwie ein C über B oder so liegt oder so. Also es sind irgendwie fünf Akkorde, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Riff oder diese zwei Riffs, die sind ja auch sehr ähnlich, die beiden Riffs. Es ist ja jetzt nicht so, dass das komplett was anderes wird auf einmal. Das heißt, am Anfang dachte ich erst so ein bisschen, ja, okay, ich meine, die Energie ist schon krass, die der Song hat, keine Frage. Vor allem die Kontraste, nicht jetzt unbedingt nur wegen diesem brutalen Lo-Fi und dann geht es nachher so auf Feeling, sondern generell so die Makrodynamik, die auch benutzt wurde. Ich meine, die Kick ist gefühlt irgendwie von vorne bis hinten gleich laut, glaube ich, und super tief, habe ich schon gesagt. Der Beat scheint auch gefühlt durchzulaufen irgendwie, wenn er jetzt nicht gerade aus Dynamik kurz rausgenommen wurde. Aber trotzdem, wie krass dann der Unterschied ist, wenn es dann in den Chorus, also in den Refrain geht, was da dann plötzlich von der Energie halt reinkommt in die ganze Geschichte. Ähm, und wie, 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 wie aber trotzdem alles irgendwie, ähm, ja, balanciert bleibt. Also es ist schon, äh, Kick jetzt mal weggenommen, ist es schon sehr mittig, klar, ne, also Lo-Fi. Gehört ja auch zum Sound. Irgendwie, äh, ne, ähm, und es sind auch durchaus ein paar Spitzen drin, finde ich, so in den Vocals vor allem auch, ne, äh, an ein paar Stellen, was ja, glaube ich, durchaus ganz bewusst ist, durch diese Sättigung, diese Saturation, dieses Knusprige und dann je nach, äh, je nach, äh, Lage, je nach Tonlage wird es dann so ein bisschen, äh, dann denkst du, ah, okay, ähm, ne, so auf einer gewissen Lautstärke, aber es ist ja eben dann auch, äh, es bringt ja dann eben diese, dieses Gebritzelte und dieses, dieses energetische Intensive so nach vorne. Es ist ja jetzt nicht zehn Minuten am Stück irgendwie da. Oder High-Geld-Produktion, ja, genau, ja. Bei drei Kilohertz irgendwie voll, 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 voll zwischen die Augen genagelt, ne? Ja, man hat den Eindruck, dass der Sänger tatsächlich auch ein bisschen damit gespielt hat, ne, also an einigen Stellen habe ich den Eindruck, dass er ganz bewusst so einen Ton reingedrückt hat in den Pre-Amp, um dieses zu provozieren, diesen Sound. Ja, genau, aber, aber grundsätzlich, ich sag mal, das Grundgerüst des Songs ist ja schon sehr repetitiv sozusagen. Ja, wie gesagt, das Ding ist festgenagelt auf 117 BPM, das habe ich angelegt, ne? Ja, gut, das ist ja erstmal nichts Besonderes. Nee, oft hast du das, wenn du, wenn du, wenn du einen Song nimmst und wenn du den Logic zum Beispiel reinschmeißt, dann analysiert er das Tempo und dann schreibt er dir so eine Tempokurve, die so immer so ein bisschen eiert, so mehr oder weniger, ne? Da hat er nicht eine Sekunde gezögert und nur einen Punkt gesetzt irgendwie und dann ist das Ding fest gewesen. Also da war keine Varianz drin. Ja, also wie gesagt, also ich finde ihn schon besonnen, also Tempo, dass ein Tempo gleich ist ja gut, okay, aber, aber, dass es harmonisch auch so repetitiv ist, wenn man trotzdem nicht den Eindruck hat, dass es irgendwie nach zwei Minuten langweilig wird oder so oder, weil da ist auch so unheimlich, ich hab's beim ersten Mal durchhören, hab ich erst so gedacht, weil mich dieses Riff dann so gecatcht hat, aber es hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen ermüdet, dann doch so irgendwie, weil ich da so drauf fixiert war irgendwie. Und dann beim zweiten Hören, hab ich aber dann erstmal dieses ganze Irr-Candy, was da rumfliegt, also ihr kennt die Sachen, die da mal reinkommen, hier mal ein kleines Ding noch und hier mal noch ein Lick und da mal noch irgendwie so ein Schweller am Becken oder was weiß ich, was, ne? Also so lauter Kleinigkeiten, das ist Wahnsinn, also... Wie kleinteilig so eine Produktion heutzutage ist, obwohl sie eigentlich oberflächlich erstmal simpel klingt, ne? Ja, du denkst erst, boah, das Arrangement ist total simpel, die Instrumentierung ist total simpel, das Riff läuft irgendwie durch, die Akkorde sind die ganze Zeit die gleichen, aber genau das ist ja das letzten Endes, was Leute ja auch wollen, ne? Also Leute wollen ja nicht Musik erstmal verstehen müssen, zumindest der Mainstream... Der Zugang sollte leicht sein, ja, genau. Der Mainstream-Hörer, ne, der Musik konsumiert, auch eher vielleicht mehr oder weniger bewusst konsumiert, der möchte ja nicht drüber nachdenken, ah, okay, jetzt sind wir von einem 7-8-Takt auf einen 15-16-Takt gegangen. Genau, da hat er eine 9 und eine 11 reingespielt, um den Übergang auf den nächsten Akkord zu schaffen. Ja, genau, ne? Oder, ah, das war mit der Moll-Parallele aber eine tolle Idee an der Stelle, ne? Klar, diese Leute gibt's auch, das sind Nerds, ne? Oder Jonas und Jörn oder so. Oder Timo. Oder Timo oder wie auch immer, die über so einen Kram nachdenken und, ah, ja gut, dass sie das in D gespielt haben, weil dann geht's auch untenrum nochmal 10 Hertz tiefer und, ne? Bla, bla, bla. Die Leute, die Musik konsumieren, die machen das ja aus einem bestimmten Grund. Entweder der Song catchy irgendwie, das... Und das funktioniert bei dem Song halt... Eine emotionale Ebene, ja. Das funktioniert halt, das ist so, da ist einmal die Schlinge ist so drum und dann, äh, dann läuft das so durch, ne? Aber ohne, dass es eben langweilig wird, weil eben so viele Sachen doch stattfinden und weil die Kontraste halt einfach schön gewählt sind, ne? Ähm, und das ist gerade etwas, was ich in vielen, ich sag jetzt mal Produktionen, die, die eher, äh, aus Homestudios oder, oder von nicht so erfahrenen Leuten auch kommen, ist oftmals das Problem, dass die Kontraste halt nicht da sind, ne? Und da ist wieder der alte Spruch, wenn du jetzt ein weißes Blatt nimmst und malst, ist komplett schwarz, hast kein schönes Bild, da ist ein schwarzes Blatt. Aber wenn du zwischendurch ein bisschen weiß freilässt, ähm, dann, dann kann ein schönes Bild entstehen, ne? Ja, absolut, ne? Äh, und, und das finde ich halt bei so einer Produktion immer interessant, wie, wie hoch die Energie insgesamt trotzdem ist, ne? Ähm, ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Sounds an sich natürlich schon super viel Energie mitbringen, ne? Und Intensität, das kommt nicht davon, dass das jetzt im Mastering einer voll gegen die Wand gefahren hat, oder sowas. Ne, ich meine, äh, tatsächlich, äh, Bass, Gitarre und Schlagzeug, also das Grundgerüst des Songs, laufen ja tatsächlich gefühlt stabil im selben Level durch, von vorne bis hinten, alles, was dazwischen stattfindet, in den Vocals, in den Gitarren, in den Keyboards, Chören, sonst was irgendwie, das macht ja quasi den, den Unterschied mehr oder weniger, oder einfach mal einen Beat wegzulassen und einfach nur einen Shaker durchlaufen zu lassen, so, solche Dinge, ne? Ähm, aber ich bin auch total, ich finde es auch klasse, dass da, dass da so Erwartungshaltungen, äh, auf der einen Seite bedient werden und auf der anderen Seite aber eben nicht bedient werden. Also ich war zum Beispiel an der einen Stelle, wo es in den Refrain reingeht, ja, du, 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 sweet, du, sweet ist dann die Eins, ne? Und das Schlagzeug nimmt so ein bisschen Anlauf, kommt so ein, dün, 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 und ich war schon am Mitspielen, irgendwie dün, 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 gisch, und natürlich kam kein Gisch, sondern es kam ne Glocke. und ich denke so, okay, alles klar, meine Erwartungshaltung ist jetzt gerade nicht enttäuscht worden, aber zumindest bin ich überrascht worden. Das finde ich schon mal schön irgendwie. Ich werde gerne überrascht in Songs. Ja, kann man so sagen. Hat mir noch was aufgeschrieben? Doch, es gibt viele Klicks und Schmatzer. Klicks und Schmatzer? Da habe ich jetzt explizit nicht drauf geachtet. Ich achte da auch nicht drauf. Aber in diesem Fall machst du eine Ausnahme. Ja, das ist mir halt aufgefallen. Also ich habe angemacht und der hat zwei Worte gesungen. Ich dachte, jo, da mal mit Rx mal auf die Klick dran. Da hätte ich jetzt Spaß dran. Das ist aber nicht der Sixties-Vibe. Da muss es auch mal klicken und schmatzen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, geschenkt eben. Ich muss ja auch eine negative Sache aufschreiben. Ja, wollte gerade sagen. Hier ist auf jeden Fall kein Klicker oder Schmatzer drauf, weil hier habe ich Maus die Klick immer drauf. Das ist wunderschön. Ja, finde ich auch. Aber es war ein schöner Song. Hat mir auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht, das Ding auch mal wirklich intensiv zu fleddern und mich wieder inspirieren zu lassen. Wieder viel gelernt für meine nächste Produktion, was ich wieder in meinem Werkzeugkasten reinpacken konnte. Dafür ist es ja auch gut, immer solche Songs zu bedienen. Deswegen die Empfehlung natürlich an dich und euch da draußen auch. Nehmt euch Musik, hört sie euch wirklich intensiv an und lernt einfach davon. Das ist nicht Diebstahl. Es ist einfach nur den Werkzeugkasten füllen mit verschiedensten Elementen, um die Songs dann nochmal weiter nach vorne zu kriegen. Womit werden wir uns denn dann in zwei Wochen auseinandersetzen? Ich habe gedacht, wir machen mal ein bisschen was anderes. Musikalisch. Radetzky-Marsch. Ne, den machen wir dann in sechs Wochen. Wir gehen mal ein wenig in die Hip-Hop-Richtung. Cool. Und zwar ein Klassiker. Eminem, Lose Yourself. Okay. Freuen wir uns drauf. Ab jetzt in der Spotify-Playlist zu unserem Song des Monats hier vom DHW-Versteher. Auf jeden Fall mit Kopfhörern anhören. Oder wenn ihr, je nachdem, was ihr für eine Anlage zahlt habt. Ich habe original für Too Sweet und für den Song, den ich danach noch reviewt habe, habe ich meine Anlage umgestellt und habe den Mono-Subwoofer rausgenommen und habe die Anlage auf True Stereo gestellt, sodass ich eben nicht, dass ich auch Stereo besser hören kann auf der Anlage und das nicht über Kopfhörer machen musste. Die waren bei Too Sweet auf jeden Fall auch vorhanden. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Ja, genau. Aber Lose Yourself, Eminem, ist wahrscheinlich bekannt bei den allermeisten. Und ich erzähle euch in zwei Wochen, warum der bei mir in einem Ordner namens Kontrollhören drin ist. Okay, alles klar. Freuen wir uns drauf. Ich werde auch eine Meinung dazu haben. Da bin ich mir absolut sicher. Und jetzt gilt es nur noch, Daumen zu drücken, weil wir sitzen jetzt hier noch. Ihr habt ja schon gehört, ob die ersten 20 Minuten der Sound auch einigermaßen funktioniert. Der wurde nämlich von der Kamera aufgenommen, unsere Stimmen. Verdrehst schon so die Augen, hast Angst. Ja. Nein, ist alles gut. Ich denke mal, das wird drauf gewesen sein. Wenn nicht, waren wir 20 Minuten still. Nein. Ja gut, aber Podcast ohne Ton funktioniert ja trotzdem noch. Ja, gab ja mal so ein stilles Projekt irgendwie bei Spotify, was auch sehr erfolgreich war. 20 Minuten stille. Ein paar Folgen zurückspringen, wenn euch das interessiert und ihr das nicht gehört habt. Genau. Ich würde sagen, wir werfen den Anker für heute. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wir gehen an Land. Das ist jetzt mal Quarkmal verspeisen nochmal im Nachgang. Ein bisschen maritime Sprachen zum Aufschluss. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart bei der 60. Folge von den DAW-Festern. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und schaltet auf beim nächsten Mal wieder ein. Da sind wir nämlich in den Prinzipalstudios. Ha. Genau. Angeteasert. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Lasst euch nicht ärgern, gebt nur Falten. In dem Sinne. Ja, das ist. Du warst drüber am Reden und ich denke so, scheiße, ich habe nur den Aufnahmeknopf an der Kamera gedrückt. Ich meine, ich hatte ja vorher gecheckt, ob der Pegel ankommt. Achso, das heißt, wir haben gar nicht jetzt hier über den Ton, sondern nur über die Kamera. Er ist ab 10 Minuten 20.